So, herzlich willkommen zurück. Das ging jetzt sehr schnell, der Übergang. Willkommen zurück. Ja. Und, oh, da gibt's Weizen, aber das baue ich jetzt noch nicht ab. Hm. Naja. Gut. Jeder mit seinem Brötchen in der Hand hier. Abendbrot. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So. 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 Und da ist schon wieder Tag. Boah. Ich hab jetzt keine Vorstellung, wie ich das Sache mache. Einfach so ein, so ein, ja so wie das hier, so mit Holzplatten. Platten. Mit Stüffchen. Genau, mit Stüffchen. Okay, dann muss ich erst mal Stüffchen machen. So ein schwuleres Wort ist nicht eingefallen. Ach ja, Leute, wir müssen mal noch was klarstellen. Und zwar, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass Cookie ein Junge sei. Das müssen wir hiermit einmal kurz begleichen. Nein, das stimmt nicht. Ja. Und, gut. Für die, die es nicht wussten. Krimierung, eh. Frauenfeindlichkeit. Warte mal kurz, mir fällt gerade was auf. Wenn hier, äh, die Schweine reinkommen. Und hier die Schafe. Wo kommen denn die Hühnchen? Lass hier noch ein viertes ranbauen. Okay. Okay, gut. Schmachdaten. Ja, okay. Musst ungefähr so die Größe nehmen. Dann passt das schon. Da kannst du ja abzählen. Ja. Ich zähle nicht gerne. Hast du das? Zahlen sind böse. So. Wir müssen auch dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Bäume mehr pflanzen. Also, wir haben im Moment nicht so viele Bäume, sag ich mal. Fällt mir gerade mal auf. Naja, das wird schon mit der Zeit. So, ich baue hier mal den Berg so ein bisschen gerade ab. Na ja. Nein. Geh Holz hacken. Dann haben wir warmes Brennholz. Damit es nicht kalt wird. Genau. Komm, bei mir liegt 15 cm Schnee. Ja. Bei uns ist heute alles weggeschmolzen. Ja, bei uns auch, weil es geregnet hat. Ja. Ja, bei uns auch. Es war heute Nacht, äh, zu warm, um zu schneien. Dann hat es geregnet und der ganze Schnee ist weggespült worden. Sehr tragisch. Naja. So, dann muss das... So, eins, zwei. So. Ich bring mal ein paar Sachen ins Lager. Und dann... Ah. Die Idee, der Kuppelstuhl. Aber das wird dann hier richtig groß. Und dann müssen wir nur noch so eine Stadt bauen. Und da... Also so eine Burg. Und in die Burg kann jeder seine eigene Hütte bauen. Ich will ein Mettbrötchen. Ich auch. Ich hab mir ein Mettbrötchen. Ich glaub, wenn wir die Tiere haben und so, dann müssen wir erstmal ganz viele Schweine machen, indem wir sie paaren lassen. Und dann können wir ganz viel Fleisch ernten. Hier, bring mal Fensch Gates mit. Fensch Gates. Fensch Gates. Fensch Gatte. Genau. So. Hat sie nicht Danke gesagt. Böse. Dankeschön. Sind ja jetzt erst angekommen. Also. Ich hab sie bei Amazon bestellt. Ähm... Kürbisse. Gott. Ja, die Truhen, die füllen sich langsam. Das wird doch schön hier. Und ich hab hier ganz viele... Ich geh jetzt mal ein paar Hühnchen machen. Guck zu und lernt, wie ich Hühnchen zauber. Hier, Moment. In dieses Wege hau ich mal Hühnchen rein. Moment. Okay. Ich stell mich hier so hin. Und dann wird Hühnchen-Power gemacht. Mach mal Tür zu da oben. Wir wollen alle zugucken. Hühnchen. Oh, das geht mal. Scheiße, ich brauch ein paar... Oh, ist das schnell. Kleines Hühnchen. Lol, ich kann so ein kleines Hühnchen... Lol. Nicht wegstoßen. Hör auf, das Hühnchen kaputt zu machen. So, jetzt haben wir hier schon mal zwei Hühnchen. Die können langsam wachsen. Das ist doch geil. Wachsen und gedeihen. Ja, wachsen und gedeihen. Weg. Komm ich. Warte, ich brauch ein paar mehr. Ja, und jetzt mach ich ganz viele Hühnchen. 2, 3, jetzt hab ich ganz so nehm. So, and weck. Moment, hier. Jetzt gibt's Hühnchen. Nein. Okay, da haben wir echt viele bei raus. Naja, okay. Egal, das reicht erstmal. Drei Hühner haben wir schon mit ihrem Wasserbecken da. Da haben sie bestimmt Spaß dran. Und ja. Swimmingpool. Ja. Jetzt haben wir hier ein paar. Ich weiß schon, das wird mich irgendwann richtig aufregen, wenn die erstmal anfangen da rumzubrüllen, die Kühe und die Schafe. Mäh. Das wird mich nochmal richtig aufregen. Ich hab ein Holz mehr. Ich klinge ja wie meine Lehrerin. Ich hab Holz. Warte, wo bist du? Hier. Okay, komm her, warte. Wenn du Schweine brauchst, kannst du mal eine Ex-Freundin nehmen. Haha. Ich bin so frauenfeindlich. Ja. Oh, ich hab keine Schaufel mehr. So, ich geh ein paar Tiere anlocken. Bis gleich. Jo, bis gleich. Bring was Cooles mit. Ja, Tiere. Boah, das ist heftig, wie viel Zuckerrohr wir haben. Da können wir richtig viele Bücher irgendwann draus machen. Ach, apropos, das müssten wir bald mal machen. So ein paar. Ja, das könnte. Bücherregal und da können wir richtig fette Brandschwerter, ja, so richtig fette Äxte und Schwerter und so, so richtig verzaubert und so. Sieht bestimmt cool aus. Und bringt auch was. Oh. Ich glaub, ich muss mal was essen. Ich sollte nicht so viel sprinten, weil, ähm, bald haben wir kein Essen mehr. Müssen wir elendig verhungern. Ja, wir brauchen halt unbedingt noch ein paar, oder eigentlich nur eine Kuh. Ja. Ja, eine Kuh, dann können wir die paaren lassen. Ja, oh, warte mal, meine Schwester ruft. Jetzt so ruhig. Das ist ganz leicht. Was machst du gerade? Ach so, du hast die Zäune gemacht, okay. Boah, warte mal kurz. Und schon wieder. Ach so, sie will sich wieder blamieren. Wie schon mal. Im Video. Ja, ist so. Dann mute ich jetzt mal nicht, dann hört ihr sie, wie sie da sinkt. Sie braucht irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit, warum auch immer. So, unser Kanal. Dann muss verlinken und dann sinkt die da ständig. Sie ist ja kein Kanal. Aber ich kann ihren Facebook-Dingen verlinken. Leck. Ich bin böse. Muah. Ich will dich nicht als Bruder haben. Ich baue, ich baue Kakteen ab, ne? Ja. Lol, was ist da denn los? Ach so. Ich dachte gerade, voll episch ist. Gibt's eigentlich diese unterirdischen Tempel noch, ja, ne? Ja, die gibt's noch. Boah, die will ich finden. Die sind cool. Ich hab ganz viel Dirt. Okay. Ich hab ganz viel Kakteen. Kakteen. Ja. Oh, Hühnchen. Die weibliche Form ist Kaktussi. Komm, Hühnchen, du kommst jetzt mit. Mein Weizen zieht dich an. Also ich bring jetzt noch ein Hühnchen, auch wenn wir das nicht brauchen. Aber egal. Kann man immer gebrauchen, ein paar Hühnchen so. Genau. Äh, die sind alle in der Familie, also so Pädo-Bär. Noch, wenn so kleine Kükchen da sind. Ja. Oh, oh, diesen, oh, es sollte bald mal, wieso kann, es ist ja jetzt nicht mehr Notch, aber die, die Leute, die das machen da, die können doch gern mal, ähm, richtige Tiere einfügen, wie diese Animal-Mods da, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Tiere. Wo ist das Creature, da? Ja, ja, genau. Ich mach das Wasserbecken. Okay, du machst das doch auch hier hin. Oder, ach, ne. Hühnchen, komm, ne. Oder warte, dann mach das, dann mach hier noch, dann sieht das schöner aus. Wenn das Hühnchen jetzt in das Dingsgehege springt, dann muss ich es leider töten. Also komm jetzt mit. Ach, das wird es nicht, wir machen die extra nochmal zu. Guck mal, wie lieb das ist. Oh. Oh, guck mal nicht so an. Das folgt mir in, das folgt mir in den Tod. So, jetzt komm rein hier. Hier ist Leinenführung. Nimm dein Hühnchen an die Leine. Kommt das? Ja, es ist drin. Zack, haben wir hier, boah, haben wir hier viele Hühnchen schon. Das ist cool. Eine Mama mit drei Küchen. Ich sollte das Weizen aus der Hand nehmen. So, perfekt. Es will immer noch raus, glaube ich. Willst du sterben? Nein. Hallo, Hühnchen. Ich geh Hühnchen besuchen. Okay. Du. Nicht töten. Ich halt mal Ausschau nach einer Kuh. Ey, die müssen Eier legen, dann können wir ganz viele Hühnchen machen. Hühnchen. Hallo, voll mit Hühnchen hier. Immer schön die Gatter zu machen, sonst haben wir je nachher Tierparty auf der Farm. Das wäre nicht gut. Partei. Na, na, Elmar, was ist? Also okay. Die Kuh. Was soll ein Buch? Ach, könnte mal in das Sumpfgebiet gehen. Kannst du mal das Sumpfgebiet zeigen? Ja, das ist ja direkt nebenan. Also hinterm Stall, hinterm Tierstall, da siehst du es dann auch schon. Ja. Richtig schön. Och. Ja, da ist Sumpf. Da kannst du dann, äh, könnt ihr da so Lillipads holen, das brauchen wir unbedingt für die Farm. Ja, ich mach jetzt eben das Dach, weil jetzt sind ja halt die Dingens da fertig, die Stelle. Ja, die Gatter. Wie soll ich das denn jetzt machen? Boah, es lag grad ein bisschen. Achso, hier. Und mir fällt auch grad wieder auf, dass schon wieder ein Part vergangen ist. Mann, das geht viel zu schnell. Ist zwar. Aber ist ja egal, wir machen jetzt einfach mal einen neuen Part auf und dann sehen wir uns gleich zurück. Tschüss. Tschüss. Tschüss.